Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7035 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es macht uns Angst. Das wollen wir nicht. Hör damit auf. Weißt du, warum das Pferd diesen besonderen Schmuck trägt? Weißt du, warum das Pferd diesen besonderen Schmuck trägt? Von hier oben habe ich einen viel besseren Überblick. Darf ich noch länger hier sitzen? Von hier oben habe ich einen viel besseren Überblick. Darf ich noch länger hier sitzen? Bevor ich in ein Geschäft gehe, schaue ich mir die Angebote im Internet an. So verschaffe ich mir einen Überblick über die Preise. Bevor ich in ein Geschäft gehe, schaue ich mir die Angebote im Internet an. So verschaffe ich mir einen Überblick über die Preise. Das Mikroskop hat ein Okular, durch das du schaust, und eine Linse, die die Dinge vergrößert. Das Mikroskop hat ein Okular, durch das du schaust, und eine Linse, die die Dinge vergrößert. Ich möchte meine Familie finanziell gegen alle Risiken absichern, die das Leben mit sich bringt. Ich möchte meine Familie finanziell gegen alle Risiken absichern, die das Leben mit sich bringt. Der Immobilienmakler analysiert den Immobilienmarkt und ermittelt den aktuellen Marktwert der Immobilie. Der Immobilienmakler analysiert den Immobilienmarkt und ermittelt den aktuellen Marktwert der Immobilie. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.